Hahaha, willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy VIII. Ich wollte VIII sagen. Bei VIII. Es geht weiter. Ich weiß, was ich hier machen muss in diesem netten Raum. Ich muss mir ein Glas schnappen. Das, was etwas heller wie die anderen war. Wer weiß, was da drin ist für ein Cocktail. Sah aber so aus. Also diese gelben Gläser sehen so ein bisschen aus, als wären sie vollgepinkelt worden. Diese Skulptur, sieht sie nicht verdächtig aus? Ja, das tut sie. Genau, an dieser Skulptur müssen wir nämlich das Glas hinstellen oder ihr in die Hand drücken. Genau, ihr in die Hand drücken. Und sieh an. Ausgerechnet hier? Das ist gemein. Gehen wir. Wir wissen doch gar nicht, wo es hinführt. Wir können aber hier nicht herumstehen. Das war Xel. Ich werde weiter mit Fraps aufnehmen, weil viele Leute es doch viel besser fanden mit Fraps. Sie fanden es einfach besser. Von der Qualität her. Wie es vom Sound her ist, weiß ich nicht. Ich habe jetzt soweit alles mal eingestellt und bin der Meinung, dass der Sound soweit in Ordnung sein sollte. Sag mal, sind die gekoppelt hier? Ja, sind sie. Magie. Koppeln wir ein bisschen Magie mit Blitzra. Okay, sie hat Siren. Nein, nicht Squall. Nein. Wer hat sie denn hier, bitteschön? Ach, Shiva. Und der andere hat hier, wer hat die Zelle, hat Diabolos. Diabolos. Wir können auch ein bisschen zaubern. Vielleicht mit, äh, mit Aqua. Ho, 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 ho. Ich meine, die HP... Ah, ich meine, die HP sehen ja nicht so berauschen aus. Ne, den heile ich nicht ganz. Wisst ihr, es ist schon voll Selfie auch. Na gut. So, weiter geht es. Duh. Los, runter da. Wir müssen jetzt aus der Villa fliehen, nachdem wir uns schändlicherweise, äh, drin eingeschlossen haben. Beziehungsweise die Falle von Oberst Carvey. Der Mechanismus hat uns dazu getrieben. Oh, die Kanalisation von Derling City. Oh, ich liebe es. Ich liebe sie so. Sowas von mal nicht. Wo geht es lang? Da geht es nicht lang. Ach, ich muss mich da rein. Da dran, äh, heften. Okay. Da geht es auf. Und ein Kampf. Oh, no. Da kann er in der Kanalisation kommen. Genau. Diese netten Gestalten. Uh, die Schattenkriecher. Aber ich sollte mal neue Waffen für die anderen hier ausrüsten. Das ist ja schrecklich. Äh, herstellen. Das ist ja schrecklich. Schattenkriechner. Engel, gib her. Angriff. Drei Mal, Natur. Bäm. So, Xel, gib sie ihm. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Mach ich wenig Schaden. Oh, egal. Da werden wir jetzt durch. Bäm. Miss. Fuck die Wandern. Was zur Hölle. Genau. Egal, da gehen wir jetzt durch. Herzschmerz. Juhuhu. Sehen die nicht süß aus. Ey. Ich glaub so. Du Drecksvieh. Ähm, ja. Ich werde sie mit Zauber mal trittieren. Machen wir mal Eisgarten. Äh, die Gegner. Was soll ich zu den Gegnern sagen? Bäm. Bäm. Und das war's. Nein. Oh, er lebt noch. Ich hab jetzt nicht so viel... Ah nein, er ist tot. Sag ich doch. Äh, äh, äh. Ich hab nicht so viel, ähm... So viel GFs. Und die haben auch nicht so besonders Ability. Also, ich hab nicht so viel Zauber. Das wollte ich eigentlich sagen. So dass ich die hier, äh, optimal verstärken kann. Vielleicht sollte ich mir ein bisschen was zusammenbasteln. Ganz kurz. Äh, ganz kurz. Ich weiß nicht, wie ich bei Fraps... Obwohl, äh, äh, wir sehen uns gleich wieder. So. Und weiter geht es. Ich habe, wie gesagt, jetzt meine GFs getauscht. Also, ich habe jetzt einfach von... Scroll seiner Gruppe die GFs auf Zell seine Gruppe übertragen. So dass die jetzt in dem Moment stärker sind. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Döp, döp, döp. Es fängt an! Oh, was fängt denn an? Verdammt. Diese coole Parade. Ich mag das. Ich mag diese Sequenz irgendwie. Die Stelle am Spiel, ich finde die geil. Ich finde die einfach geil. Ja, feiert sie nur, feiert nur diese alte Hexe. Ich fand die Tänzer früher immer voll lustig. Ich meine, die sehen aus wie zum Karneval. Man soll wahrscheinlich auch Karneval darstellen. Hey, wer ist denn da oben? Hallo? Wenn das mal nicht Cypher da oben war. Von wegen zum Tode verurteilt. Die Hexe hat ihn unter seine Fittiche genommen. Ja, feiert nur eure Hexe. Feiert sie nur. Los, auf geht's. Wir müssen ihr helfen. Überleg nicht herum. Renoir wird sonst aufgehen. Ach so, bin ich jetzt wieder an der Reihe? Na gut, da muss ich meine GFs doch wieder vertauschen. Ich glaube, ich habe ihn mit Quistis vertauscht. Ja, ich glaube, das war so. Was für den GF hat er denn? Brothers. Okay. Dickebrother. Was hat er? Götzerkottel und Efrid. Gut. Ähm. Ich werde irgendwann heilen. Ja, ich werde irgendwann heilen. Ähm. Ah. Waren wir. Verdammt, falscher Gewalt. Gibt her deinen Wüter. So. So werde ich ihn heilen. Ha 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 ha. Na lang, komm mal mit. Hä? Bist du fett? Oh no, es geht weiter. Die Fetzer, die sind voll schräg. Ha 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 ha. Ja, ich laufe ja schon. Da ist doch tatsächlich Cypher. So was wurde der denn jetzt befördert, ey? Arsch am Wischer von der Hexe, oder was? Ja ha 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 ha. Er lässt sich feiern wie so ein Held, ey. Ach, da bin ich. Jetzt kann ich mich bewegen. Und das merkt auch keiner. Das merkt auch keiner. Dass ich da langlaufe. Oh, los, heil. Ich finde das coole, in diesen sich bewegenden Hintergründen. Dass man da so sich mitbewegen kann. Das finde ich geil. Mich bemerkt keiner. Keiner von diesen ganzen Verrückten bemerkt nicht, wie ich mich hier rumschleiche. Oh, ich speichere erstmal zur Sicherheit. Speichern wir. Speichern. Final. Ah. Schöp, schöp. Jetzt aber schnell. Danke. So. Und hoch da. Ach du Schöpsel. Ugh. Erstmal Irvine. Und jetzt Squall. Oh, ich hasse diese Stelle. Ne, Moment mal. Da ist ein Gullideckel. Aber ich glaube, mit dem habe ich noch nichts zu tun. Ne. Ich glaube, da muss ich erst später hin. Beziehungsweise, das ist für die andere Gruppe bestimmt, glaube ich. Ja. Da komme ich später wieder raus. Äh, ja. Der nächste Bosskampf kommt auch bald. In diesem Bosskampf, ähm. Da bekommen wir wieder eine neue GF. Nicht vergessen. Höpa. So. Und los geht's. Los, 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 los. Da, da, da. Da, da. Ich versuche jetzt in dem Video so weit wie möglich zu kommen. Auch wenn es wahrscheinlich nichts bringen wird. Weil ich, ähm. Ich bin schon, ich komme nicht so weit. Ich, diese ganze Sache, was man eigentlich in 20 Minuten ja abschließen kann. Und dafür brauche ich jetzt 30 Videos. Ja, echt. Aber vier Videos sind's bestimmt schon. Vier, fünf. So. Ja, komm da hoch und dann da nach oben. Na los, beeil dich doch mal. Meine Güte. Was machen die denn da jetzt? Räuberleiter oder was? Haha. So. Weiter geht's. Ohne viele Worte. Oh, der tote President. Der liegt da immer noch. Der Gammler. Was gibt's da? Vielleicht ein Drohpunkt. Nein. Äh, äh. Liebe Leute. Jubeln immer noch, obwohl keiner mehr dasteht. Ihr seid doch krank, Leute. Ihr seid doch einfach alle nur krank, ey. So, los geht's. Wo muss ich denn hier? Muss ich da nach hinten oder was? Wenn ich in die Falltür reingehe, dann, äh. Ja, genau, da muss ich hin. RENOA! Bossfight. BAM! Gegen diese beiden Kreaturen. Schmelke. Die beiden sind ganz einfach. Ähm. Ach ja, nicht vergessen. Beim Shot die Munition wählen. Mit R1 macht. PACK PACK! Alles klar. Ja, alles klar. Ist schon recht, ihr beiden. Nene, 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 nene. So, Draw. Äh, da. Von diesen Typen da. Na, von der Schmelke. Kann man Karbunkel ziehen. Aber, okay, von beiden. Ah, okay. Man kann von beiden Karbunkel ziehen. Was hat er noch? Lagern. Oh nein. Ein Countdown. Das heißt, ich werde gleich versteinert. Karbunkel entdeckt. Eine neue GF. BAM! So, ähm. Stein. Ach, super. Einmal erhalten. Oh Gott. Der Countdown rennt und rennt und rennt und rennt und rennt. Greif an, macht diese Viecher fertig. Ach du Schreck. Äh, was könnte bei euch helfen? Blitzker? Blitzker?